kann man hier platz im park ja guck mal das können wir doch machen immer sogar noch ein bisschen was hat man hier noch parkkaffee hier kommt gleich noch ein kaffee je mehr einnahmen wir generieren können desto besser parktoiletten brauchen wir nicht haben wir parkinfostand auch immer sehr wichtig und unser eingang ist schon voll mit müll weil die müller wurde tiernchen herrschaft dadurch jetzt haben sie die schafft muss doch mal essen wenn man die tier samen rand macht besetzen die sich dann auch hin ich weiß es nicht mal zwei hin ach guck mal blumenbeet so der satz ja nicht aber ein bisschen verschönern das sieht irgendwie alles so gleich aus ok das hier muss aber anders aussehen noch ein bisschen so was haben wir hier imbiss ja nice imbiss ja gut eigentlich hier machen das war zu sehen das ist was zu messen ist gut food trucks ok das ist nice ice cream waren die kinder werden ausrasten sandkasten das auch gut kommen wir machen wir auch mal direkt hier hin dann spielen die kinder am sandkasten saun ihr saun ihr eis und wie sich was alles voll und die eltern dürfen noch mal neu kaufen das sind wirklich gut alte kanone ok vielleicht zum anderen thema so was hier alles kommt ja das kommt dann halt hinterher so wir können da weitergehen hinten war ja auch noch was ja hier ist nur so deko zeug mehr oder weniger kleiner brunnen guck mal hier war spielgeräte ist auch nicht schlecht wenn man die auch hier machen so hier noch eins immer eine kleine pippe ich glaube hier gehen sie gar nicht hin da war egal erst mal da stone edge können wir aufbauen hier aus drei jahren nice den basteln war ja auch gleich hin aber vielleicht richtig rum da kriegt doch direkt wieder bock auf auf nach wie heißt das spiel der thema den freizeitpark aufbauen da ne wirst du schon wo ja stimmt wir haben ja hier noch mit diesen diesen busbahnhof da herzlichen glückwunsch jawohl lube 2 erreicht ok warte da gucke ich doch gleich mal da muss ich direkt mal gucken hier rotierende teetassen da hat sieht gut aus da nehmen man doch natürlich gleich so was wartet andere die tierne wenn wir hier drüben machen so da sind sie glücklich so ich wollte hier gucken wegen dem ist ja dann nicht hier kann wird hier nie durch den park geht es natürlich nicht das wäre auch zu schön gewesen also ja auch ein bisschen doof ja die hauptsache die leute bezahlen guck mal dann können wir auch hier irgendwie so mitten drin machen die alle sightseeing so dann können wir hier über die müllkippe mit nein wir fahren dann hier lang aber wir können ja eigentlich so zwischen rein grätschen vielleicht hier vielleicht mal vorbei hier könnte man eine haltestelle machen alles war dein kohle bringen könnte ach so wir müssen hier wieder raus ok das ist die schule ja 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 ok 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 ich baller das hier wieder alle zu hier drüben noch das ist so ungefähr auch auf gleicher höhe immer als die ganzen haltestellen hier noch wurde dem spiel eigentlich scheiß egal ist glaube ich mal hier vorne noch machen wir hier noch eine letzte stelle obwohl nicht eine letzte sondern hier herum ist der park aus so mehr ja 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 ok dann machen wir hier noch eins hin direkt vor dem park aus damit sie sehen auch hier kommen wir können auch gleich hier dann sind wir hier durch super kuppa sightseeing da hat finde ich ganz gut ich habe nichts zu sehen hier ich habe nichts zu sehen hier ach ja schön aber klappt ganz gut ne ich wollte gerade fragen was das hier ist das hier ist ja geburtstagsplatz normalbetrieb ob die hier auch wirklich richtig kaufen oder ob die nur deko sind jetzt ich glaube die sind noch die sachen die sachen der infostand normalbetrieb glaube ich hier sowas souvenir laden und so das ist eher was hat er noch geld abwirft aber guck mal wächst ne wächst unser kleiner freizeitpark und alter unser konto ne das sieht echt nicht schlecht aus nachfrage an industrie wächst gebäude abgebrannt das tut mir leid wegen gebäude abgebrannt wir müssen hier hinten auch Feuerwehrstationen und so machen ne polizei und blau ähm industriegebiet lass mal gucken wir können hier noch ein bisschen was ausbauen so hier auch die kleine ding hier auch noch hier guck mal ach so geht gar nicht ach so gut ähm hm 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 dann lass mal gucken hier bei unserem neuen Parkgedöns machen wir für Gesundheit falls was ist ne oh warte weg 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 hier alles weg ach guck mal cool ist jetzt so zur mittag-nachts-stunde schön können wir eigentlich den schriftzug umkeinern ne ne hm hm rufus überhaupt ja es verändert sich nicht ne 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 können wir doch nicht unbedingt das wird jetzt unbenannt wo ist ne meine maus spinnt heute ne 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 was ist denn mit der maus los ok merkwürdig ich spackt ein bisschen rum ab und zu gut ähm ich wollte jetzt hier gucken ähm arzt falls mit den leutchen hier irgendwas ist können dann gleich zum arzt rennen um gleich zu rufen auf den friedhof nein auf jeden fall hier ähm ja hier feuer haus machen wir hier hin und sicher sicher und äh polizei hauptstation planer so haben wir dann auch dann sind wir hier auf jeden fall gut abgesichert ok hier wird auch kräftig gebaut und die müllerpfuhr schafftet hier nicht rüber ne können wir warte mal können wir hier routen festlegen ne ne na doch die kommen hier eigentlich direkt rüber also mit rüber na gut das macht nichts wir waren ja hier ein bisschen vorbereitet wir können ja hier ähm nochmal so eine müllkippe hinbauen das war nicht so schön aber es geht so jetzt ist ja sind die den beiden dinger hier hier hin und da hin dann können wir hier nochmal so eine Müllkippe hinbauen hinbauen so Was boah wie viel man davon braucht Ne dessen wäre so ein wilding eigentlich direkt hier hinten aber du kannst ja nicht machen weil ich wollte hier wohngebiet noch hin machen ein bisschen zumindest hier so was kleines ich will sich dann auch bestimmt hier ein bisschen wohl hoffe ich so davon wird ja sowieso ein bisschen was gebraucht die werden hier heulen also das wohngebiet wegen wegen den solar dingern hier zumal das eigentlich kein krach machen kann da bin ich der meinung weiß ich natürlich nicht ich bin gerade am überlegen ob wir hinten auch alles industriegebiet machen hier geht zum wald ein gewaltes abgebrand was ist denn hier los man wieso brennt denn hier alles nicht doch noch da weg hier zu wenig dienstleistungen ja dafür kann ja dann keine ahnung wissen wir auch wurscht die haben hier eine feuerwehrstation hier hier ist die ne ne irgendwo hier ist eine feuerwehrstation hier ist ja eigentlich alle super ja hier nicht so ganz ehrlich mal hier noch innen und auf zeugen kann machen wir hier auch noch hin weil es so schön ist ich habe es nur noch innen wahnsinn am besten so alle zwei meter eine feuerwehrstation und sonst immer alles abfackelt direkt hier hinten könnte man noch hier ist auch nicht so viel los sicherheit geht vor ok dann pass auf haben wir hinten wirklich den rest hier also hier so hier laufen ja sowieso bahn schienen lang müssen wir mal schauen wie machen wir das meist am besten wieder unterirdisch war ich glaube unterirdisch gehen wir da durch nein mein essen ist alles okay macht nischt ich äh ist nach dem stream so ok dann lass mal gucken lass uns das mal zurecht basteln hier ähm wir brauchen strassi ich nehme ja immer die breitere mit nee nicht straffenzelle sondern hier mit busspur ja genau die hier genau die mhm 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 oh Gott jetzt muss ich mal überlegen wie waren denn ach so Bild ab ja mhm 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 schönes waldgebiet eigentlich nur eigentlich viel zu schade für industrie ich bin ja auch auf der dinge scharf auftet dieses eine gebäude wird ja die ganze stadt irgendwie dann von jansen smog und wissig wird alle befreit richtig voll machen wir richtig fettes industriegebiet es war wahrscheinlich total bescheuert wie es baue aber ist mir wucht machen wir hier ein paar verbindungen das war wahrscheinlich doof aber ist egal vielleicht eher hier dann natürlich hier wasser und so zack